Die Payment ist fair. Die Payment ist fair. Okay, versuchen wir es. Die Payment ist fair. Kruzio! Die Bohnen sind getrennt. Kurs ist auf dich! Kurs ist auf dich. Okay, also das letzte Mal hatten wir eigentlich nur normale Bogenschützen gebraucht. Die sind super stark. Ja, und ich glaube zur Sicherheit baue ich hier unten noch so einen Turm hin. Ich werde aber wahrscheinlich dann erstmal nur Feldturme bauen. Ich glaube, das passt hier eigentlich ganz gut. So, ich weiß noch nicht genau, wo ich die hinstellen will. Ich glaube, ich stelle sie mal hier hin. Dann greift die hier an. Die beschützen das gegen oben. Und hier packe ich meine Verstärkung hin. Freedom! Auch wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, wie gut die alleine ist. Mit ihren Schädeln da. Ja! Ja! Die macht ordentlich Schaden. Die nimmt aber auch Schaden. Aber die macht richtig viel Schaden, ey. Dafür, dass die noch relativ low ist vom Level her. Lebensverstärkend. Reinforce! Unschte Schaden. Bullseye! Ja! Dodge this! Das ist dieu. Aber die halten auch extrem viel aus, das ist zu gut, Dr. Feetzer. Aber die teilt richtig krass aus. Jetzt brauche ich hier überall Turm, jetzt greifen sie bestimmt gleich von rechts an. Achers, ready? Reinforced! Zeit für Target-Practice! Time for target practice Komm es überlebt ihr doch oder? Ja sehr gut Im Nahkampf ist sie ziemlich schlecht aber so im Fernkampf ist sie extrem gut Wund, Astro! Curses upon you! The payment is time for target practice! Crush you! Bullseye! Reinforce! Wund, Astro! Wund, Astro! Wund, Astro! Wund, Astro! Wund, Astro! Wund, Astro! Weiß nicht ob es ne gute Idee ist hier nur Archer ähm zu nehmen Wund, Astro! Aber bisher funktioniert es eigentlich ganz gut Curses upon you! The payment is fair! You battle! Bullseye! Come! θr! urge your, dass er Pit timeframe ist! Wund, Astro! Freedom! 傷jis! Brienne! Time for Target Practice. Oh, gut, dass die hier so krass stark sind. Na, komm. Oh Gott, stressig. Der Vorteil an Fernkämpfern ist, dass sie halt viel schneller an irgendwelchen Kämpfen teilnehmen. Also die kann man oft schneller hochleveln. Die sterben seltener. Oh, no. Oh! Time for Target Practice. Freedom! Time for Target Practice. Tachya's ready. Reinforce! Curse is upon you, payment is fair. Crucian! So, jetzt noch die 2 Türme upgraden habe ich alle upgradet. Ich weiß halt nicht genau, ob es sich lohnt, die 100 hierfür zu bezahlen. Um falls es sich ja Punkte zu kriegen. Oder ob ich jetzt lieber die extra Fähigkeiten von den Türmen upgraden. Ach du Scheiße, das sieht aber nicht gut aus. Das war verdammt knapp. Ich glaube das war es aber, oder? Oh, wie gut.